Bist du Arbeitnehmer, Azubi oder Student und willst dir nebenbei ein Business aufbauen oder zumindest online etwas Geld dazu verdienen? Super Idee! Vielleicht verunsichern dich aber die Themen Gewerbe, Krankenversicherung oder Steuern und halten dich so davon ab, endlich zu starten. Das hat heute ein Ende, denn jetzt kriegst du alle wichtigen Infos, die du brauchst. Bereit zum Durchstarten? Hallo, mein Name ist Andreas Pelter. Ich bin selbstständig, habe aber vor einigen Jahren erstmal im Nebengewerbe gegründet. Und obwohl ich vor der Gründung BWL studiert habe, fand ich das erstmal alles irgendwie ziemlich viel und viel, worauf man achten muss bzw. worüber man nachdenken muss. Aber im Groben sind es eigentlich nur drei Themenfelder, die man da wirklich bearbeiten muss. Zum einen sind das die Gewerbeanmeldung, alles was man darüber wissen muss und die Konsequenzen, die daraus entstehen. Dann Fragen zu Steuer, Steuererklärung und auch natürlich andere Finanzamtangelegenheiten. Und zu guter Letzt die Frage nach Versicherungen, insbesondere natürlich die Krankenversicherung und die Frage, ob man sich selbst versichern muss und wenn ja, privat oder gesetzlich, worauf muss man da achten? Ja und diese drei Themenfelder sehen wir uns jetzt im Detail an und ich versuche dich dabei, so gut es geht an die Hand zu nehmen und dir eben Step für Step zu erklären, was du machen musst bzw. was du wissen musst, um mit deinem Gewerbe zu starten und dich eben nicht davon abhalten zu lassen, dass das Ganze jetzt erstmal ziemlich viel aussieht. Insofern würde ich sagen, wir starten gleich durch und ich sage viel Spaß beim Video. So, jetzt aber genug der Worte. Heute sehen wir uns die Fragen an, die wir in diesem Kapitel beantworten werden. Bin ich Freiberufler oder Gewerbetreibender? Muss ich als Freiberufler meine Tätigkeit anmelden? Wer muss Gewerbe anmelden und wann? Wie und wo mache ich das? Was kostet die Gewerbeanmeldung? Muss ich zum Finanzamt? Was hat es mit der Kleinunternehmerregelung auf sich und für wen ist das? Welche Konsequenzen und Pflichten zieht die Gewerbeanmeldung nach sich? Und muss ich mein Nebengewerbe meinem Arbeitgeber melden? Freiberufler oder Gewerbetreibender? Eine der wichtigsten und absolut grundlegendsten Fragen ist die Unterscheidung zwischen Freiberufler und Gewerbetreibenden. Im Gegensatz zu einem Gewerbetreibenden muss nämlich der Freiberufler kein Gewerbe anmelden, sondern lediglich beim Finanzamt vorstellig werden, um dort einen steuerlichen Erfassungsbogen auszufüllen. Zu den Freiberuflern gehören die sogenannten Katalogberufe, wozu klassischerweise zum Beispiel Ärzte, Architekten, Anwälte und Journalisten gehören. Erweitert wurde das Feld aber um sogenannte katalogähnliche Berufe, worin sich vielleicht für die Masse eher relevante Jobs finden. Gerade wenn es um ein Online-Business geht, zum Beispiel Fotografen, Designer, Marketingberater oder Schriftsteller. Einen Link zu einer vollständigen Aufzählung setze ich dir in die Beschreibung. Gehörst du zu einer der Gruppen, brauchst du also kein Gewerbe anzumelden und deshalb werde ich mich in diesem Video auch nur vereinzelt nochmal dem Freiberufler widmen. Wer muss Gewerbe anmelden? Gewerbe musst du in allen anderen Fällen anmelden. Dazu gehören im Fall von klassischen Online-Business-Modellen beispielsweise Affiliate-Marketing, ein YouTube-Kanal mit Werbeeinnahmen, das Betreiben eines Online-Shops oder Amazon-FBA-Businesses, der Verkauf von digitalen Produkten wie E-Books, Kursen oder Hörbüchern und Tätigkeiten als Coach oder Berater. In aller Regel erfolgt die Gewerbeanmeldung im Übrigen in Form eines Einzelunternehmers. Das bringt den niedrigsten Verwaltungsaufwand, die wenigsten unternehmerischen Verpflichtungen und den niedrigsten Kapitalbedarf mit sich, weshalb ich in diesem Video auch den Einzelunternehmer bzw. die Unterform des Kleinunternehmers zur Grundlage nehme, dazu später aber mehr. Wann muss Gewerbe angemeldet werden? Eine wiederholt mit Gewinnerzielungsabsicht durchgeführte Tätigkeit, die keine Arbeit im Angestelltenverhältnis ist, ist eine gewerbliche Tätigkeit und verpflichtet somit zur Gewerbeanmeldung. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung darf das Gewerbe auch nicht erst im Nachhinein angemeldet werden. Zwar interessieren sich die meisten Finanzämter für Mini-Einnahme nicht wirklich und räumen auch eine Kulanzfrist ein, grundsätzlich muss aber Gewerbe in dem Moment angemeldet werden, in der die gewerbliche Tätigkeit aufgenommen wird. Theoretisch gesehen kann ein Versäumen mit einem Bußgeld bis zu 1000 Euro geahndet werden. Also bitte nicht zu lang vor dir herschieben, da es ohnehin nicht schwierig ist und nicht viel kostet, womit wir beim nächsten Punkt sind. Wie und wo melde ich Gewerbe an? Eine Gewerbeanmeldung erfolgt bei deiner zuständigen Stadt oder Gemeinde im Gewerbeamt. Dort füllst du einen Bogen aus. Darauf kannst du angeben, ob du im Nebengewerbe gründen willst, welche Tätigkeit du ausführen wirst und beispielsweise auch, ob du in der sogenannten Kleinunternehmerregelung gründen möchtest, worauf ich gleich noch eingehe. Das Ganze ist übrigens nicht sonderlich umfangreich und selbst wenn du den Beamten vor Ort noch ein, zwei Sachen fragen musst, wirst du nicht länger als eine halbe Stunde dafür brauchen. Was du brauchst, ist in aller Regel nur ein Personalausweis. Ausnahmen sind Gewerbeanmeldungen für genehmigungspflichtige Gewerbe, für die du ein entsprechendes Dokument bräuchtest. Das trifft aber für 99% der Leute nicht zu, die dieses Video sehen, da hier Dinge wie Handwerksberufe, Darlehensvermittler oder Lotterieanbieter reingehören. Die Kosten für eine Gewerbeanmeldung unterscheiden sich von Stadt zu Stadt und liegen meines Wissens zwischen 15 und 60 Euro. Also absolut überschaubar. Was braucht das Finanzamt von mir? Sobald du dein Gewerbe angemeldet hast, bekommst du in aller Regel automatisch einen steuerlichen Erfassungsbogen vom Finanzamt, den du ausgefüllt zurückschicken musst. Außerdem wird dir eine Steuernummer zugeteilt. Solltest du nichts bekommen, hake bitte dort nach. Bist du Freiberufler und hast entsprechend kein Gewerbe angemeldet, musst du dich, wie schon zuvor gesagt, direkt Eigeninitiativ an das Finanzamt wenden. Was ist die Kleinunternehmerregelung? Im Wesentlichen ist die Kleinunternehmerregelung eine kleine Starthilfe für kleine Gewerbetreibende. Die Regelung beinhaltet zwei wichtige Komponenten. Die vereinfachte Buchführung durch die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung und die Möglichkeit zur umsatzsteuerfreien Rechnungserstellung und dadurch Wegfall der Umsatzsteuervoranmeldung. Die vereinfachte Buchführung Das Thema Buchhaltung ist sicher das große Grauen für viele Menschen, wenn sie an ein eigenes Gewerbe denken. Das Schöne an der Kleinunternehmerregelung ist deshalb, dass die Buchführung im Grunde wegfällt bzw. wirklich für jeden machbar wird. Sie wird in diesem Fall ersetzt durch eine Einnahmenüberschussrechnung. Dafür musst du nichts weiter tun, als alle Einnahmen und alle Ausgaben aufzulisten und die entsprechenden Rechnungen aufzuheben. Deinen Gewinn, also den Einnahmenüberschuss, trägst du auf einem Extrablatt auf deiner ganz normalen Steuererklärung ein und reichst deine Einnahmenüberschussrechnung mit ein. Das war's. Umsatzsteuerfreie Rechnungen Wenn du als Kleinunternehmer Rechnungen erstellst, erhebst du keine Umsatzsteuer. Damit entfällt für dich die Umsatzsteuervoranmeldung und somit auch das unterjährige Abführen von Umsatzsteuer an das Finanzamt. Damit dein Kunde auch weiß, warum auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, wird stets ein Hinweis mit auf die Rechnungen geschrieben. Dieser muss wörtlich oder sinngemäß lauten Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz. Allerdings gibt es auch einen Nachteil an der Kleinunternehmer Regelung. Wer keine Umsatzsteuer in Rechnung stellt, der ist auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das bedeutet, dass du die gezahlte Umsatzsteuer auf Waren, sagen wir zum Beispiel auf ein für deinen Geschäftsbetrieb erworbenes Notebook, nicht vom Finanzamt zurückerstattet bekommst. Hast du zum Beispiel anfänglich hohe Investitionen zu tätigen, könnte die Regelung für dich eher nachteilig sein. Es liegt entsprechend bei dir zu überlegen, ob die Kleinunternehmer Regelung für dich insgesamt eher Sinn macht oder nicht. Ich persönlich halte sie, insbesondere wenn du einen einfachen Einstieg willst, für absolut sinnvoll. Wer darf die Kleinunternehmer Regelung anwenden? Von der Kleinunternehmer Regelung kann nur Gebrauch machen, wer die Umsatzgrenze von 17.500 Euro im Gründungsjahr und 50.000 Euro im darauffolgenden Jahr nicht überschreitet. Bleibst du danach dauerhaft unter 17.500 Euro Umsatz, kannst du auch dauerhaft in der Kleinunternehmer Regelung bleiben, wenn du das möchtest. Sobald dein Umsatz erstmals zwischen 17.500 und 50.000 Euro beträgt, gilt für das folgende Jahr die Regelung nicht mehr und du wirst zum ganz normalen Einzelunternehmer. Welche Konsequenzen hat eine Gewerbeanmeldung? Im Wesentlichen hat die Anmeldung eines Gewerbes Auswirkungen auf drei Bereiche. Die finanzielle Haftung, die Pflicht zur Steuererklärung und die Pflichtmitgliedschaft bei IHK und Berufsgenossenschaft. Die finanzielle Haftung Wer als Einzelunternehmer oder sonstige Personengesellschaft ein Gewerbe anmeldet, kann für Schäden, Rechnungsrückstände oder für auf sonstigem Wege entstandene Zahlungsverpflichtungen persönlich haftbar gemacht werden und haftet mit seinem Privatvermögen. Realistisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass du mit einem Online-Business hohe Schäden verursachst. Es ist aber wichtig, diesen Umstand für zukünftige Entscheidungen in sein Risikobewusstsein mit aufzunehmen, insbesondere aber nicht ausschließlich, wenn dein Business mit der Gesundheit von anderen Menschen zu tun hat. Die einzige Möglichkeit, eine persönliche finanzielle Haftung auszuschließen, ist die Gründung einer Kapitalgesellschaft, zum Beispiel einer UG, das steht für Unternehmergesellschaft bzw. Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt oder auch einer GmbH. Diese zwei Unternehmensformen, wie auch alle anderen Kapitalgesellschaften, haben allerdings drei größere Nachteile. Zum einen ist da, dass du einen höheren Verwaltungsaufwand hast. Zum anderen, dass du einen höheren finanziellen Aufwand in der Gründung hast. Und zu guter Letzt ist es auch so, dass du gewisse buchhalterische Verpflichtungen eingehst, wie zum Beispiel die Erstellung einer Bilanz, um die du dann nicht mehr drum herum kommst. Und aus eben diesen Gründen ist es aus meiner Sicht so, dass es sich für ein Gründen nebenbei eben nur sehr bedingt eignet. Dazu kommt, dass auch eine Kapitalgesellschaft dich nicht vor strafrechtlichen Konsequenzen schützt, wenn du jemandem zum Beispiel Schaden zufügst. Das sei an dieser Stelle auch mal noch dazu erwähnt. Steuererklärung. Wer ein Gewerbe anmeldet, verpflichtet sich eine Einkommenssteuererklärung für das abgelaufene Jahr zu machen. Dafür gibt es unterschiedliche Dinge zu beachten und auch verschiedene Fristen, worauf ich noch im Steuerteil des Videos eingehe. Pflichtmitgliedschaften bzw. Anmeldungen. Wer ein Gewerbe anmeldet, muss Mitglied bei der IHK und der für ihn oder sie zuständigen Berufsgenossenschaft werden. Die IHK wird über deine Gewerbeanmeldung informiert und es entsteht die Pflicht, Kammerbeiträge zu leisten. Als Existenzgründer bist du für die ersten zwei Jahre nach der erstmaligen Gründung von den Beiträgen befreit. In den Jahren 3 und 4 muss nur der Grundbeitrag von 50 Euro geleistet werden, außer du überschreitest einen Gewinn von 25.000 Euro. Erst danach sind noch zusätzliche Umlagen zu zahlen. Alles in allem bleiben die Kosten hierfür aber in jedem Fall sehr überschaubar. Solltest du dauerhaft unter 5.200 Euro Jahresgewinn bleiben, bleibst du auch immer beitragsbefreit. Die IHK meldet sich in aller Regel von selbst bei dir. Wenn du unsicher bist, ob du befreit werden kannst, fragst du einfach direkt nach. Die Berufsgenossenschaften sind bei Gewerbetreibenden für die gesetzliche Unfallversicherung zuständig. Die Versicherung ist verpflichtend allerdings nur für deine Mitarbeiter, wenn du denn welche hast. Falls nicht, zahlst du keine Beiträge. Du musst dich aber dennoch binnen einer Woche bei der für dich zuständigen Berufsgenossenschaft melden, um dich entsprechend zu registrieren. Das gilt im Übrigen auch für freiberuflich Tätige. Leider ist das Ganze etwas schwer zu durchschauen, weil die Berufsgenossenschaften auf ganz klassische Gewerbe ausgerichtet sind. Nach Affiliate-Marketing oder digitalen Produkten suchst du dort vergeblich. Ich verlinke eine Übersicht in der Beschreibung. Wenn du dir unsicher bist, ruf einfach dort an, dann kriegst du normalerweise die Info darüber, wer für dich zuständig ist. Und falls du dich falsch anmeldest, ist das auch nicht dramatisch. Du wirst dann an die richtige Stelle verwiesen. Also keine Panik. Muss ich mein Nebengewerbe bei meinem Arbeitgeber melden? Es gibt kein Gesetz, das Arbeitnehmer dazu verpflichtet, den Arbeitgeber über ein Nebengewerbe zu informieren. Eine solche Pflicht kann sich allerdings aus dem Arbeitsvertrag oder einem Tarifvertrag ergeben. Außerdem gibt es Ausnahmen wie beispielsweise Beamte oder Berufssoldaten. Allerdings wäre es möglich, dass dein Nebengewerbe in Konkurrenz oder einem Interessenkonflikt mit dem Betrieb deines Arbeitgebers steht. Das wiederum wäre einer der wenigen Gründe, die deinen Arbeitgeber dazu ermächtigen würden, dir die Ausübung deines Nebengewerbes zu untersagen. Du solltest dir also über deine Vertragssituation bewusst sein. Außerdem sollte dir klar sein, dass dein Arbeitgeber es als Vertrauensbruch interpretieren könnte, wenn du ihn nicht informierst. Diese Abschätzung musst du aber selber treffen. Das war es mit dem Teil Gewerbeanmeldung und vor allem, was damit zusammenhängt. Wenn du Angst hast, etwas Wichtiges zu vergessen, nochmal der Hinweis, alle wichtigen Punkte stehen kompakt in der Gratis-Checkliste, die ich dir erstellt und in der Beschreibung verlinkt habe. Steuern, Steuererklärung und Finanzamt Kommen wir zum Thema Steuern. Rollen sich dir schon die Fingernägel auf, wenn du nur darüber nachdenkst, dass du eine Steuererklärung machst oder überhaupt mit dem Finanzamt dich auseinandersetzen musst? Ich glaube, damit geht es vielen so. Aber wir versuchen das Ganze jetzt trotzdem so einfach wie möglich Schritt für Schritt durchzugehen und das Ganze so kurz wie möglich zu halten, aber dabei trotzdem nichts zu verpassen bzw. zu vergessen. Und die folgenden Fragen und Punkte sehen wir uns jetzt in diesem Kapitel an. Steuern und Rechnungen Hier ist zu unterscheiden zwischen Rechnungen, die du zu zahlen hast und Rechnungen, die du stellst und somit Geld erhillst. Bei Ausgangsrechnungen an deinen Kunden gilt das folgende. Als Kleinunternehmer stellst du keine Umsatzsteuer in Rechnung und verweist dabei, wie bereits im Kleinunternehmerteil des Videos erklärt, auf den § 19 des Umsatzsteuergesetzes. Bei Eingangsrechnungen, also zu zahlenden Betriebsausgaben, ist bei inländischen Rechnungen in jedem Fall die Vorsteuer mit zu überweisen, die in der Rechnung enthalten ist. Als Kleinunternehmer sind das dann auch deine tatsächlichen Kosten und die Vorsteuer wird dir nicht vom Finanzamt erstattet. Als Einzelunternehmer hingegen wird dir die Vorsteuer erstattet, weil du zeitgleich ja auch Umsatzsteuer in Rechnung stellst. Dafür musst du dann aber eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Dazu gleich mehr. Ergo, bist du Kleinunternehmer und machst zum Beispiel Affiliate-Marketing und erstellst keine Rechnungen, musst du im Grunde nichts Besonderes beachten. Trotzdem, beim Thema Steuern ist es generell immer eine gute Idee, sich mal mit einem Steuerberater auszutauschen. Das kostet zwar ein paar Euro, gibt dir aber deutlich mehr Sicherheit. Von daher aus meiner Sicht eine gute Investition. Die Steuererklärung Als Einzelunternehmer und insbesondere als Einzelunternehmer mit der Kleinunternehmerregelung ist die Einkommenssteuererklärung nicht sehr schwierig. Zumindest auch nicht viel schwieriger, als wenn du eine Privatperson wärst. Allerdings ist das schon mal der erste Unterschied. Als Gewerbetreibender bist du grundsätzlich verpflichtet, deine Steuererklärung einzureichen. Folgende Fristen gelten dafür. Grundsätzlich musst du die Steuererklärung bis zum 31.05. des Folgejahres machen. Nimmst du also 2019 den Geschäftsbetrieb auf, gilt der 31.05.2020 für die Abgabe der Steuererklärung für 2019. Allerdings kannst du vor dem 31.05. einen Aufschub bis zum 30. September beantragen. Machst du die Steuererklärung nicht selbst, sondern dein Steuerberater reicht sie ein, hast du bis Ende des Folgejahres deines Geschäftsjahres Zeit. Also im Beispiel bis zum 31.12.2020. Was muss ich einreichen? Als Kleinunternehmer fügst du deiner persönlichen Steuererklärung primär die Anlage G und die Einnahmenüberschussrechnung, kurz EÜR, bei. Dazu kommt gegebenenfalls ein Formular für die Umsatzsteuerjahreserklärung. Dazu aber gleich noch mehr. Die Anlage G ist nichts weiter als ein zusätzliches Blatt für die Einkünfte aus G wie Gewerbeerträgen, wo du deinen Gewinn bzw. Einnahmenüberschuss einträgst. Zusätzlich zum Ergebnis, dass du in die Anlage G einträgst, will das Finanzamt natürlich wissen, wie du auf deinen Gewinn bzw. Verlust kommst. Zu diesem Zweck erstellst du eine Einnahmenüberschussrechnung. Diese darf in der Regel sehr simpel sein. Du stellst alle Einnahmen des Geschäftsjahres, aufgeteilt in Nettoumsatz und Umsatzsteuer, allen Ausgaben gegenüber, die du ebenfalls in Netto und die gezahlte Vorsteuer unterteilst. Deine Gesamteinnahmen abzüglich deiner Gesamtausgaben ergeben den Gewinn bzw. den Einnahmenüberschuss, der wiederum in Anlage G eingetragen wird. Muss ich meine Belege aufbewahren? Ja, und das ist sehr wichtig. Bitte achte darauf, dass du von Anfang an alle Rechnungen und Belege gut aufbewahrst. Am besten du legst sie sowohl digital als auch zusätzlich physisch ab. Zum einen kann es sein, dass das Finanzamt etwas an deiner Steuererklärung beanstandet und einen Beleg sehen will. Zum anderen ist es theoretisch möglich, dass du einer Betriebsprüfung unterzogen wirst. Das heißt, dass dein Betrieb vor Ort geprüft wird. Das passiert dir insbesondere als Einzelunternehmer oder gar Kleinunternehmer zwar außerordentlich selten, aber wenn du dann plötzlich anfangen müsstest, dich auf die Suche nach Belegen von vor drei Jahren zu machen, dann viel Spaß. Du bist nämlich dazu verpflichtet, sowohl Belege für Betriebsausgaben als auch Ausgangsrechnungen für ganze zehn Jahre aufzubewahren. Kann ich Verluste anrechnen? Insbesondere in den ersten zwei Jahren toleriert das Finanzamt durchaus Verluste in der Einkommenssteuererklärung. Wenn du also Anschaffungen für dein Gewerbe zu tätigen hast und dadurch am Ende des Jahres ein negatives Ergebnis steht, dann verringert das dein zu versteuerndes Einkommen insgesamt und die Steuerrückzahlung, die in aller Regel für Privatpersonen anfällt, wird dann höher. Das kannst du aber nicht zu häufig machen, sonst unterstellt dir das Finanzamt Liebhaberei und dein Gewerbe wird dir aberkannt. Rücklagen bilden Je nach Steuerklasse fällt deine Einkommenssteuer unterschiedlich aus. Bitte denke aber daran, etwas Geld zur Seite zu legen, sobald du Gewinne machst. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, überweise 35-40% deines monatlichen Überschusses auf ein separates Konto, das du nur für Steuernachzahlungen verwendest. Dann kann es keine bösen Überraschungen geben. Brauche ich ein Geschäftskonto? Rein theoretisch gesehen fällt wohl den wenigsten Banken direkt am Anfang auf, dass du ein Privatkonto für deine Umsätze verwendest, solange du noch nicht zu viele einzelne Buchungen hast. Allerdings birgt das mehrere Risiken. Du verlierst den Durchblick bei deinen Finanzen. Du musst beim Steuerberater oder gegebenenfalls für das Finanzamt alle Privatbuchungen offenlegen und du kannst dein Geschäftsvermögen nicht sauber abgrenzen. Es gibt mittlerweile kostenlos bis sehr günstig gute Geschäftskonten, deshalb lautet meine klare Empfehlung, dir so schnell wie möglich eines zu eröffnen. Das hat fast nur Vorteile. Ich selbst habe mir gerade ein neues Geschäftskonto von Holvi aufgemacht, das ist richtig genial für Selbstständige und eine klare Empfehlung von mir. Es ist in der Basisversion kostenlos und hat direkt eingebaute Tools für die Rechnungserstellung, auch als Kleinunternehmer und auch für die Buchhaltung. Theoretisch kann man sogar selbst mit Holvi einen Online-Shop einbinden und seine Steuersoftware verknüpfen. Ich finde das wirklich cool. Einen Link dazu packe ich unter dieses Video in die Beschreibung. Muss ich eine Umsatzsteuer vor Anmeldung machen? Klare Antwort als Kleinunternehmer definitiv nein. Du stellst keine Umsatzsteuer in Rechnung und musst entsprechend auch keine Umsatzsteuer abführen. Entscheidest du dich aber gegen die Kleinunternehmerregelung, musst du entweder vierteljährlich oder monatlich Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Das Intervall hängt dabei übrigens davon ab, ob deine Umsatzsteuerlast pro Jahr bei mehr oder weniger als 7500 Euro liegt. Und wie sieht es mit der Umsatzsteuer Jahreserklärung aus? Im Grunde genommen musst du sie machen und zwar unabhängig davon, ob du Kleinunternehmer bist oder nicht. Wenn es um Kleinunternehmer geht, nehmen es viele Finanzämter aber wohl nicht so genau. Du könntest also einen Versuch wagen und bei deinem Finanzamt nachfragen, ob du eine Umsatzsteuererklärung mit einreichen sollst oder nicht. Insbesondere als Kleinunternehmer hält sich der Aufwand aber ohnehin in Grenzen, da du im Grunde nichts weiter tust, als zu bestätigen, dass du keine Umsatzsteuer abzuführen hast und dass deine Umsätze die Kleinunternehmerregelung überhaupt rechtfertigen. Muss ich Gewerbesteuer zahlen? Als Kleinunternehmer ist es im Grunde unmöglich, Gewerbesteuer zahlen zu müssen. Darum brauchst du dich also zu Beginn deiner Gründung nicht zu kümmern. Erst ab einem Gewinn von 24.500 Euro wird Gewerbesteuer fällig. Solltest du als Einzelunternehmer diese 24.500 Euro überschreiten, ist es wiederum eine Überlegung wert, mit einem Steuerberater zu reden. Zwar ist die Berechnung grundsätzlich transparent, allerdings bietet sie für Laien viel Potenzial zum Fehlermachen. Übrigens, sowohl die Ausgaben für einen Steuerberater als auch die für eine Steuersoftware, die einem das Leben wirklich erleichtern kann, sind zu 100% abzugsfähig. Sie vermindern also dein zu versteuerndes Einkommen. Die Steuersoftware, die ich selbst nutze, verlinke ich dir ebenfalls unter diesem Video in der Beschreibung. Versicherungen Den Steuerteil haben wir geschafft und hoffentlich hat er bei dir keine Panikattacken ausgelöst. Wenn das so ist, dann wird das auch mit Sicherheit bei den Versicherungen nicht mehr passieren. Insofern schauen wir uns da die wichtigsten Punkte an und das sind die folgenden Fragen. Muss ich mich selbst krankenversichern? Gibt es Verdienst- oder Zeitgrenzen? Was gilt, wenn ich in einer Familienversicherung mitversichert bin? Ist die gesetzliche oder die private Krankenversicherung für mich geeignet? Wie hoch sind meine Versicherungsbeiträge? Brauche ich über die Krankenversicherung hinaus noch weitere Versicherungen? Die Antworten darauf gibt es jetzt. Seit dem 01.01.2009 gilt eine generelle Krankenversicherungspflicht. Es ist also keine optionale Entscheidung, sich zu versichern. Und trotzdem gibt es ein paar Fragen zu klären. Bevor wir auf diese Fragen eingehen, möchte ich aber generell dazu raten, dass du dich in jedem Fall an deine Krankenkasse wendest. Es gibt zum Teil Regelungen, die etwas uneinheitlich sind. Zudem können diese auch regelmäßig angepasst werden. Sehen wir uns aber trotzdem mal die wichtigsten Fragen an und wie sie sich in aller Regel Stand heute darstellen. Muss ich mich selbst Krankenversichern? Für die Krankenversicherung ist vor allem von Interesse, ob deine selbstständige Erwerbstätigkeit als hauptberuflich anzusehen ist. Entscheidend dafür sind der zeitliche Aufwand sowie dein Einkommen. Bei einem Vollzeitjob und einer nebenberuflichen Gründung mit einem zu Beginn relativ niedrigen Einkommen ist deine Selbstständigkeit definitiv nicht als hauptberuflich anzusehen. In diesem Fall ist lediglich dein Arbeitgeber weiterhin dazu verpflichtet, dich gesetzlich zu versichern, so wie du es gewohnt bist. Ganz zu Beginn einer nebenberuflichen Gründung brauchst du dir deshalb, um das Thema nur in den seltensten Fällen größere Gedanken zu machen. Welche Verdienst- und Zeitgrenzen gelten? Interessant wird es, wenn du zum Beispiel nur in Teilzeit als Arbeitnehmer angestellt bist und nebenbei gründest. Je nach Auslegung spricht man davon, dass ein Arbeitsaufwand in deinem Gewerbe von mehr als 15, 18 oder 20 Stunden dazu führt, dass sich dein Versicherungsstatus ändert. Dazu gleich noch mehr. Das andere Kriterium, das erfüllt sein muss, ist die wirtschaftliche Bedeutung deines Gewerbes. Es gilt, dass das Nebengewerbe nicht mehr als die Hälfte der monatlichen Bezugsgröße an Gewinn einbringen darf. Eine halbe Bezugsgröße entspricht Stand 2019 in den alten Bundesländern etwas über und in den neuen etwas unter 1.500 Euro. Diese Kenngröße hat sich in den letzten Jahren jeweils um ca. 2-3% erhöht. Mein Praxistipp an dieser Stelle, um es etwas zu vereinfachen, spätestens wenn du zwei volle Tage pro Woche gewerblich tätig bist und mehr als 1.000 Euro pro Monat einnimmst, wende dich unbedingt nochmal an deine Krankenkasse, um nachzuhaken. Gibt es einen Sonderfall für Familienversicherte? Wenn du Student unter 25 Jahren oder Hausmann oder Hausfrau bist und deine gesetzliche Krankenversicherung durch eine Familienversicherung mit abgedeckt ist, gelten andere Grenzen. Um weiterhin dort mitversichert zu bleiben, dürfen deine regelmäßigen monatlichen Einnahmen 445 Euro nicht übersteigen. Solltest du diese Grenze überschreiten, benötigst du eine eigene Krankenversicherung. Gesetzliche oder private Krankenversicherung Wenn die Zeit, die du für dein Gewerbe aufwendest, sehr hoch ist oder aber du die sogenannte halbe Bezugsgröße an Einnahmen überschreitest, dann bist du im Gesamtbild eher ein Selbstständiger und damit fällst du aus der gesetzlichen Krankenversicherung raus. Aber Vorsicht! Das bedeutet nicht etwa, dass du dich zwangsläufig privat versichern musst und das bedeutet auch nicht, dass du dich gar nicht krankenversichern musst, sondern das bedeutet nur, dass du wählen kannst, ob du dich privat versicherst oder ob du dich auf freiwilliger Basis weiter gesetzlich krankenversicherst. Ja und da es ja doch einige Unterschiede gibt zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung, sehen wir uns da jetzt von beiden Varianten mal die wichtigsten Punkte an. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung kommt man bis 55 Jahren auf jeden Fall unter. Dort kann man Familienangehörige mitversichern. Man erhält Basisleistungen und in der Regel Mehrbettzimmer im Krankenhaus. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung zahlt man in jedem Alter gleich hohe Beiträge. Dort muss man gegebenenfalls Zusatzversicherungen abschließen, zum Beispiel Zahnzusatzversicherungen. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung zahlt man mit zunehmendem Gewinn höhere Beiträge. Wie sieht es bei der privaten Krankenversicherung aus? Dort kann theoretisch jeder abgelehnt werden. Familienmitglieder müssen grundsätzlich alle einzeln versichert werden. Sie können also nicht mitversichert werden wie in der gesetzlichen. Bei der privaten Krankenversicherung sind die Basisleistungen in der Regel etwas bis deutlich höher. Man kann sich bei der privaten Krankenversicherung seinen Versicherungsschutz relativ individuell zusammenstellen. Bei der privaten Krankenversicherung zahlt man nicht mit zunehmendem Gewinn, sondern mit zunehmendem Alter höhere Beiträge. Und ein Zurückwechseln von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung ist häufig extrem schwierig. Die Frage, ob gesetzliche oder private Krankenversicherung, ist für viele Menschen fast so ein intensives Diskussionsthema wie Apple oder Windows. Beides hat Vor- und Nachteile und hängt von der ganz individuellen Situation ab. Allerdings muss sich jeder, der in eine private Krankenversicherung wechselt, bewusst sein, dass eine Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es teurer wird, nur sehr schwierig möglich ist. Stand heute eigentlich nur dadurch, dass man seine Selbstständigkeit wieder an den Nagel hängt und sich in ein Angestelltenverhältnis begibt, indem man unter 60.000 Euro Jahresgehalt hat. Wie hoch sind die Beiträge für die Krankenversicherung? Private Krankenversicherungen starten ab etwa 400 Euro pro Monat und können je nach Leistungen, Vorerkrankungen und Alter auf 800 Euro, 1000 Euro oder auch mehr pro Monat steigen. Die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung inklusive Pflegeversicherung ist gewinnabhängig und startet Stand 2019 bei insgesamt rund 190 Euro im Monat. Das gilt allerdings nur bei extrem niedrigen Gewinnen. Bei der Höchstgrenze von etwas über 4.500 Euro Verdienst pro Monat steigen die Beiträge auf maximal über 800 Euro pro Monat. Sowohl die gesetzliche als auch die private Krankenversicherung können also sehr kostspielig sein. Wer es genau wissen will, für den habe ich einen Vergleichsrechner für Krankenversicherungen unter dem Video verlinkt. Wenn du das Thema Krankenversicherung unter Dach und Fach hast, stellst du dir vielleicht noch die Frage, brauche ich als Selbstständiger weitere Versicherungen? Letzten Endes ist die Frage nach zusätzlichen Versicherungen immer eine sehr, sehr individuelle. Wie viele Versicherungen brauchst du, um dich persönlich eigentlich wirklich sicher und abgesichert zu fühlen? Sorgst du nur für dich oder musst du vielleicht die finanzielle Verantwortung für eine ganze Familie übernehmen? Und letzten Endes natürlich auch, ist dein Gewerbe mit Risiko behaftet oder eben eher weniger? Letzten Endes, wie gesagt, ist es sehr individuell. Man muss sich aber trotzdem natürlich darüber im Klaren sein, dass jede Versicherung Geld kostet und eine finanzielle Belastung darstellt. Und insbesondere am Anfang ist ja oftmals nicht so wahnsinnig viel Geld da. Und wenn das Nebengewerbe oder das Überleben des Nebengewerbes davon abhängt, ob du am Anfang höhere oder niedrigere Ausgaben hast, dann solltest du dich natürlich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen und dir die Frage stellen, was brauche ich wirklich und was nicht? Ich habe für dieses Video jetzt mal vier Versicherungen aufgelistet, bzw. wir gehen vier Versicherungen durch, von denen ich der Meinung bin, dass es auch bei einem Nebengewerbe zumindest eine Überlegung wert ist, ob man so eine Versicherung will oder nicht. Ein Zwang ist es natürlich bei keiner. Alle Versicherungen in diesem Fall sind optional und die sehen wir uns jetzt mal an. Die Berufshaftpflichtversicherung. Selbst wenn du ein sehr vorsichtiger Mensch bist, kann es dir passieren, dass du während deiner Arbeit Eigentum beschädigst oder einen Menschen verletzt. Auch kann es passieren, zum Beispiel wenn du ein Büro anmietest, dass sich jemand in deinen Räumlichkeiten verletzt. Für solche Fälle und gegebenenfalls entstehende Schadensersatzforderungen ist eine Berufshaftpflichtversicherung hilfreich, da sie den entstandenen Schaden übernimmt. Je teurer die Gegenstände, mit denen du arbeitest und je höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zu Schaden kommen könnte, desto wichtiger die Berufshaftpflichtversicherung. Eine Rechtsschutzversicherung kommt für Kosten auf, die aus eventuellen Rechtsstreitigkeiten resultieren, also Anwalts- und Gerichtskosten. Das ermöglicht dir, dir jederzeit einen kompetenten Rechtsbeistand zu suchen, solltest du in eine juristisch prekäre Situation geraten. Wichtig ist aber dennoch zu wissen, eine Rechtsschutzversicherung übernimmt niemals Kosten, die dir zum Beispiel aus einer gerechtfertigten Abmahnung entstehen, etwa wenn du ungefragt ein Bild von einer anderen Website verwendest. Das wird nämlich gelegentlich verwechselt. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung Je stärker deine körperliche Verfassung für die Frage ausschlaggebend ist, ob du berufsunfähig werden könntest oder nicht, desto wichtiger, aber auch teurer wird eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein Schreiner zahlt also höhere Beiträge als ein Webdesigner. Solltest du deinen Job nicht mehr ausüben können, bezahlt dir die Versicherung eine zuvor vertraglich festgelegte Berufsunfähigkeitsrente. Insbesondere, wenn du nicht nur für dich alleine sorgen musst, ist diese Versicherung eine Überlegung wert. Auch zum Thema Versicherungen findest du weiterführende Links in der Beschreibung. Die private Altersvorsorge Solange du Vollzeit als Arbeitnehmer tätig bist, zahlst du automatisch in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Reduzierst du deine Stunden, verringert sich der Betrag und somit auch dein Rentenanspruch. Kündigst du komplett, zahlst du gar nichts mehr ein. Es gibt eine Vielzahl an Modellen, um fürs Alter vorzusorgen. Ob das als Unternehmer nun eine Rürup-Rente ist, ein komplett privates Vermögensmanagement, zum Beispiel über Aktien und Anleihen, oder etwas ganz anderes. Hier muss jeder für sich das passende Modell finden. Wichtig ist nur, sich darüber im Klaren zu sein, sobald man vom Arbeitnehmer zum Selbstständigen wird. Und damit schließen wir so langsam das Thema Gründen im Nebengewerbe ab. Vieles von dem, was du in diesem Video gelernt hast, muss sich jetzt wahrscheinlich erstmal bei dir setzen. Das war ja zugegebenermaßen nicht ganz ohne und das umfangreichste Video, das dieser Kanal jemals gesehen hat. Wie zu Beginn erwähnt, die wichtigsten Punkte aus diesem Video bekommst du noch einmal richtig übersichtlich in meiner komplett kostenlosen Gründer-Checkliste, die ich dir unter dem Video in der Beschreibung verlinkt habe. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video helfen und vor allen Dingen deine wichtigsten Fragen zum Thema Gründen im Nebengewerbe beantworten konnte. Denn die Selbstständigkeit ist, wie ich finde, eine viel zu große Chance und macht viel zu viel Spaß, um sich von Bürokratie und offenen Fragen davon abhalten zu lassen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt auch wirklich von Herzen alles Gute und dass alles klappt beim Durchstarten mit deinem Nebengewerbe und später vielleicht auch Vollzeitgewerbe. Und sag bis bald, dein Andreas Pelter. Ciao.